Ruhig und gemütlich liegt hier der Forst der Lueg. Der 1'100 Kilo schwere Muni ist das Objekt der 278 Begierde. Ja, aber nicht nur er, ihn gibt es natürlich zu gewinnen, sondern auch noch ganz viele andere Preise. Der Gabentempel im Wert von 750'000 Franken stellen wir euch jetzt vor. Von der Waschmaschine bis zum Golfsack. Die Auswahl ist riesig. Über 450 Gaben können am eidgenössischen Schwing- und Elternfest die Schwinger, die Steinstösser und die Hornusser gewinnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Waschmaschine bis zum Golfsack Vielen Dank.